Hallihallo und herzlich willkommen zurück meine lieben Freunde bei einer weiteren Runde Wiesa. Ich habe immer noch beide Tabletten in der Hand, also Packungen, dass mich um ehrlich zu sein schon ein bisschen nervt. Wir haben das ganze Haus durchsucht. Wir haben eine Kerze gefunden. Wir haben eine Kerze gefunden. Wir haben ein Feuerzeug gefunden und etliche Tabletten. Wie kann ich das Zeug einstecken? Kann ich das Feuerzeug irgendwie auch wieder ausmachen? Looking for the... was? Kann man vielleicht... wie kann ich eigentlich die Kerze anmachen? Oder... Entschuldigung. Ähm, wir müssen ja mal raus. Ich brauche mal ein bisschen Licht. Also, eine Kerze kann ich irgendwie anmachen. Wie kann ich... Feuerzeug wegpacken? Er kann sogar crouchen. Also, das hier wird der Garagenschlüssel sein. Den nehmen wir jetzt auch einfach. Machen wir jetzt auch einfach mal weiter. Gegenstände! Top halten. Inventar öffnen. Es gibt zwei Arten von Gegenständen. Wichtige Gegenstände und dynamische Gegenstände. Oh Gott, das sind... Dynamische Gegenstände werden, wenn möglich, in deinem dynamischen Inventar gelagert. Sie sind in der Regel verwendbar. Wichtige Gegenstände sind absolut wichtig für deinen Vorzug. Dann werden im Inventar wichtiger Gegenstände gelagert. Mann, ich bin hier grad am Reden. Dolores Kapitel. Ein seltsamer Traum. Wo sind die Krücken hin? Dolores Delores klingt ziemlich... Du brauchst... Keiner Schlüssel. Ich hab einen Keiner Schlüssel. Ich hab... Was ist das überhaupt von Schlüssel? Ich hab... Was ist das? Ja... 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 Tak... Majen! Ottermann! Das ist ne Scheißidee. Klemmt, okay. Will ich, um ehrlich zu sein, gerade nicht? Muss ich aber. Sind alle Türen zu? Nein. Wird gespeichert. Wird gespeichert, ist immer ein ganz hässliches Zeichen. Hallo? Ah, okay. Ähm. Entspann dich das Gestampfer. Hm. Okay, ähm. Ja, wir wollen jetzt noch mal ein bisschen vorankommen. Also wollen bestimmt nicht. Wir müssen. Irgendwas. So gucken, dass ich mit meiner Maus nicht die Kaffeetasse umleidert. Ja. Nicht untersuchen. Steuern. Gucken wir es manchmal ein bisschen eigen. Ja, hier gibt es ernsthaften Lichtschalter. Können wir das vor allen Dingen auch aufheben. Oh. Ähm. Ist in unserer... Okay. Schön. Danke. 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 Ja. Dr. Die wirklich Taste. Alles klar. Ähm. Wo ich mir nicht sicher bin ob es vielleicht angenehmer wäre das Licht anzulassen wir machen jetzt einfach mal überall licht an weil je weniger wir hier im dunkeln rum eiern ist weniger paranormale aktivitäten passieren Ok alles klar den scheiß aus wahn oh gott ja Musik ist okay was wir eigentlich so los Was denn das für ein fettes hässliches Kind überall sind Fingerabdrücke drauf also was macht denn sowas Kellerschlüssel Oh nur Momento ähm Kellerschlüssel ist es nicht eigentlich ähm äh das der in der Jeans in der Wäsche Also nehmen wir natürlich mit ne Nee Wie sieht jetzt das Feuerzeug wieder aus Also es ist ein bisschen konfus wie hier die Steuerung ist Hä Ja warte warum nicht Wir stellen die jetzt einfach mal Wir stellen die jetzt einfach mal dahin Ach das Feuerzeug mal aus Das ist aber kein Warte mal Hier ist der Kellerschlüssel Ich weiß übrigens nicht ob es gesund ist das jetzt alles Hier liegt nochmal Feuerzeug Sehr schön das werden wir uns mal merken Ja Nee das nicht Hier vielleicht die Kerze hinstellen Warten nochmal machen Nee komm mit jetzt Komm Irgendwo weiter oben rennt schon äh der Mutti rum Irgendwo weiter oben rennt schon äh der Mutti rum Was war denn das jetzt hier für eine Aktion Ähm So Zack Feuerzeug ist leer du brauchst das nicht Aufzubewohnen Ja aber mach es doch einfach aus Mach es doch einfach aus Ja Ja Nein 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 Auch nein 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 Das kochent jo Warte mal sein lassen was wurde das also jetzt werde ich auf irgendeine quietsche entsche oh quietsche entsche quietsche entchen drauf gelatscht so mashallah ne Licht überall muss Licht an alter Verwalter ok gucken wir schauen uns das ja alles mal ganz fix an war das jetzt essentiell um ich weiß ich weiß wir wissen oben steht der Spiegel weiß ich scheint es kein Licht zu geben und wir haben ok wir gucken wirklich erstmal nach für nach wer braucht bitteschön so einen Wasserspender im Haus sie geht natürlich nicht kaputt ne aber hier ist ja ich weiß aber hier ist ja wie das ist ja das ist ja Irgendjemand hat zu Abendbrot gegessen, ist da, Chalousin kaputtgemacht, herzlichen Glückwunsch. Oh, ich wollte gerade sagen, das klang nach Flaschen und hier gibt es auch gutes Bier. Craft Beer, ja hier, geil, 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 so und schmutziges Geschirr, aber die sehen so aus, als hätten sie keinen Geschirrspüler und ich weiß, so ein Leben, wie früh, sieht echt eklig aus. Und ich weiß, so ein Leben ohne Geschirrspüler ist, ist verdammt hart. Und das ständig. Frau Wäscheraum, Frau Wäscheraum, wo ist denn hier auch deine komische Jeans? Angst. Angst. Licht. Licht, 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 Licht. Ich habe natürlich kein Feuerzeug dabei und ich weiß nicht, wo es hier drinnen einen Lichtschalter gibt. Nicht dein Ernst, schau dir das weg. Ähm, wir brauchen Licht, wir brauchen ein Feuerzeug. Nehmen wir mit. Das ist so Lichtschalter. Alles klar. Oh. Oh, ne, 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 wenn das so schon kommt, dann will ich das eigentlich fast so nicht. Ah, ich kann da nicht hingucken. Arachenschlüssel. Ja. Glückwunsch. Oh. Oh, das ist nur ein Schluck Kaffee. Oh, Licht. Ah, wir haben im Ende, ah, ja sehr gut, sehr gut. Wir haben im Endeffekt jetzt alles erstmal auf. Aber wenn ich mir so die Zeit angucke, werde ich morgen entscheiden, was wir machen. Ob wir da runter gehen oder ob wir vielleicht doch erst zu dem Spiegel hoch gehen. Weil offiziell so richtig West oder sag ich mal Punkte, wo wir von A nach B rennen müssen, die gibt es ja im Endeffekt nicht. Ich bin auch noch ein bisschen schlüssig, weil wir haben bis jetzt auch noch nichts wirklich herausgefunden, warum drei Leute, vier Leute am Anfang sterben mussten. Ähm, was es damit auf sich hat. Aber ich denke mal, das Ganze werden wir in der nächsten Folge herausfinden. Vielen herzlichen Dank fürs Zusehen und bis morgen. See you.